Oder die Wolte geht man hier und so ein kleines, kleines Rundes macht. Okay, Nummer 3. Und das ist der Reitschüller, was ist Reitschüllerin? Das mache ich, was auf die Ferne sitzen, das mache ich. Es hat Reithose und Reitstiefel, das ist das Schulpfad, auf dem Sandboden reiten die, siehst du, das ist so dunkel hier, weil der ist gut schon überlegt. Mama, das mag ich. Und das ist Longiergarten, wenn man sagt, oh, ein bisschen schneller fährt und dann fährt er auch schneller. Aber der ist ganz schnell, so hat der Junge Angst. Mhm, nicht ganz schnell. Oh, guck mal, das habe ich gesehen. Schneller, schneller, schneller. Das ist so, das, was du auf dem Gymnastik machst. Ja, ja, schneller. Man kann auch den Pferd machen auch. Mama, wenn ich mal groß bin, kannst du es mal machen. Und du bist die Lehrer. Nein, ich bin nicht Lehrer. Wir müssen dann finden, ob jemand sowas macht. Es gibt einen Turnverein, hier in Tuttlingen, die sich mit Pferden, beschäftigt. Genau. Und man kann Turnen, aber ich weiß nicht, ob die Turnen machen. Die machen bestimmt das. Guck mal. Das weiß ich. Die machen das. Die Ressort. Diese Reiten machen die. Da konntest du es probieren, wenn du es. Mama? Mhm. Guck mal, ich habe gesehen. Alex hat den Reifen raus. Mhm. Echt? Dann hat er verloren, ne? Nö, aber dann hat Bibi gewonnen. Echt? Mit Maharatsche. Mit Maharatsche. Ach, super. Und der Junge hat nicht gewonnen. Freddie. Freddie hat nicht gewonnen. Freddie hat nicht gewonnen. Ja, sie hat ein Pferd. Ah, ok. Das sind verschiedene Sachen. Man kann mit dem Pferd turnen. Ja. Fortisieren. Oder Dressort reiten. Das ist so schön. Oder Reitspringen. Genau. Spring reiten. Oder? Polo. Polo. Da, guck mal. Wenn man so ein kleiner Kulka hat, dann muss man sie so mit den Pferden so machen. Ja, mit dem Holzschläger. Man muss die kleine Kulka. Ja. Aber man muss auch schöne Zöpfen haben. Kleiner Wald. Kleiner Wald. Kleiner Wald. Das ist Rennen. Das ist Jockey. Das ist ein Rennsattel. Und die rennen sehr, sehr, sehr schnell im Garten.